Kapitel 33 Durch den dichten Regen sah das Whittington Hospital aus wie ein großer, graubrauner Klotz. Nick hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, wurde aber trotzdem nass. Das kleine Päckchen mit Jamies Lieblingsschokolade, das er bei sich trug, hatte er sicher in der Innentasche der Regenjacke versteckt. Das Zimmer war im dritten Stock. Als er vor der Tür stand, hätte Nick am liebsten wiederkehrt gemacht. Er ist wach, waren Mr. Watsons Worte gewesen, aber es geht ihm noch nicht gut. Niemand hatte näher nachgefragt. Nick klopfte, klopfte nochmal, keine Antwort. Voller böser Vorahnungen öffnete er die Tür. Zwei Betten, eines war leer, im anderen lag Jamie und sah klein aus, zerbrechlich. Nick holte Tiefluft. Hi, Jamie, ich bin's, Nick. Ich hab gehört, es geht dir besser und da dachte ich, ich komm mal vorbei. Jamie rührte sich nicht. Sein Kopf war zur Wand gedreht. Die eine Hälfte war rasiert, ähnlich wie bei Kate, nur dass sich bei Jamie eine Naht über den kahlen Teil zog. Ich hab dir was mitgebracht. Nick zog das Päckchen aus der Tasche und ging langsam näher. Nun sah er auch Jamies Gesicht. Er lag mit halboffenem Mund da und starrte die Wand an. Also doch. Etwas wirkte Nick, knapp oberhalb des Killkopfes. Er sah schnell weg. Emily lässt dich grüßen. Sie kommt dich auch bald besuchen. Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Jamies starrer Blick galt immer noch der Wand. Obwohl Nick glaubte, einen Muskel in seinem Gesicht zucken gesehen zu haben. Vielleicht war es aber auch nur Einbildung gewesen. Jamie, ich wüsste so gern, wie es dir geht. Es tut mir irre leid, dass ich an diesem Tag so scheiße zu dir war. Ich hab mir tausendmal gewünscht, ich hätte mich anders benommen. Aber mit dem Spiel ist es vorbei. Vielleicht freut dich das. Nicht nur für mich, sondern überhaupt. Lächelte Jamie? Nein. Wenn du mich hörst, wenn du auch nur ein Wort von dem verstehst, was ich sage, dann tu irgendwas. Bitte. Blinzle oder wackele mit den Zähnen, was weiß ich. Reagierte er? Reagierte er wirklich? Nick biss sich auf die Lippen, während er beobachtete, wie Jamie seine rechte Hand unendlich langsam über die Bettdecke schob, sie ein Stück anhob und die Finger streckte. Klasse, machst du das, Jamie, stammelte Nick. Du wirst wieder, ganz sicher. Jamies Hand hing in der Luft, seine Finger zuckten, dann krümmte er sie, einen nach dem anderen, ausgenommen den Mittelfinger. Er drehte den Kopf, sah Nick an und grinste. Cockst, du blöder Arsch, du hast mich zu Tode erschreckt, schrie Nick und musste sich beherrschen, um Jamie nicht in die Rippen zu boxen oder ihn wenigstens um den Hals zu fallen. Dir geht's wieder gut, ja? Boah, bin ich froh. Ich dachte wirklich, du wärst... Fort. Mir geht's gut? Bist du bescheuert? Meine Kopfschmerzen sind nicht von dieser Welt und du ahnst nicht, wie geil eine gebrochene Hüfte sich anfühlt. Jamie lachte, kniff aber gleichzeitig die Augen schmerzerfüllt zusammen. Aber ich krieg tolle Pillen dagegen. Allein dafür hat sich die Sache fast gelohnt. Idiot, ich hab dich auf der Straße liegen gesehen und dachte, du wärst tot. Das Bild krieg ich nie mehr aus meinem Kopf. Wieder grinste Jamie unverschämt. Schick mir nen Abzug davon. Es stellte sich heraus, dass er sich noch an alles erinnerte, ausgenommen die zwei Tage vor dem Unfall. Sein Ärger über das Spiel war ungebrochen. Es läuft jetzt nicht mehr, sagte Nick. Keine der Spieler kann sich einloggen. Nachdem die Schlacht verloren war, wurde es finster, bei allen gleichzeitig. Schluss, aus, Ende. Ein paar Leute sind immer noch total fertig deswegen. Wie denn das? Hat jemand den Server abgeschaltet? Nein. Nick musste sich daran erinnern, dass Jamie keine Ahnung davon hatte, was Erebos gewesen war und was es alles vermochte. Es war ein sehr ungewöhnliches Spiel. Es konnte lesen und das Gelesene verstehen. Meine Theorie ist, dass es während der Zeit der Schlacht permanent das Internet durchsucht und auf die Meldung gewartet hat, dass, wie soll ich sagen, sein Feind tot ist. Die Meldung kam nicht, dafür aber eine andere. Daraufhin hat es sich abgeschaltet. Jamie sah beeindruckt aus. Ist ja irre. Ja. Jamies blasses Gesicht wirkte nachdenklich. War es zu früh, um ihm die ganze Wahrheit zu sagen? Nein, dachte Nick. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Hör mal, begann er. Dein Unfall war eigentlich keiner. Jemand hat deine Bremsen ausgehängt. Deshalb bist du mit solchem Affenzahn in die Kreuzung geraffelt. Er atmete durch. Ich weiß, wer es getan hat. Wenn du möchtest, sage ich es dir. In Jamies Gesicht stand Ungläubigkeit geschrieben. Er öffnete den Mund, schloß ihn wieder und drehte den Kopf zur Wand. Ich kann mich an den Unfall nicht erinnern. Auch nicht an die Tage davor. Was da war, wüsste ich gern. Er betastete die Narbe auf seinem Kopf. Hatte diese Spielsache damit zu tun? Ja. Verstehe. Ich überlege es mir. Vielleicht will ich es ein bisschen später wissen. Er grinste schief. Was mich aber interessiert, kann es passieren, dass ich demjenigen auf dem Schulhof begegne und ihm aus lauter Freundlichkeit mein halbes Sandwich abgebe? Nick schüttelte den Kopf. Nein. Bryn hatte tatsächlich die Schule gewechselt. Zur Polizei war sie nicht gegangen, soweit Nick informiert war. Wie lang musst du noch hierbleiben? Fragte er. Kann noch ein bisschen dauern. Danach soll ich in die Reha. Zu all den anderen alten Weibern, die sich die Hüfte gebrochen haben. Bin gespannt, ob sie auf meine Frisur stehen. Jamies Hirn inklusive Witzzentrum war unversehrt. Am liebsten hätte Nick laut gesungen. Wenn du wieder fit bist, muss ich dir jemanden vorstellen. Ihr werdet euch mögen. Ein Mädchen? Nicht ganz, aber jemanden mit einem ähnlichen Humor, der noch lieber Tee trinkt als du. Ein anderes Treffen stand zwei Tage später an. Emily hatte es organisiert, weil sie fand, dass es gut sei, Dinge zu einem Abschluss zu bringen. Für viele ist es schwer, sagte sie. Das Spiel ist so plötzlich weggebrochen, dass es ein riesiges Loch hinterlassen hat. Nick, der sich noch an sein eigenes riesiges Loch erinnern konnte, stimmte zu. Außerdem gab es da eine ganz praktische Überlegung. Einen Plan, den er nur gemeinsam mit den anderen Ex-Spielern umsetzen konnte. Mit Mr. Watsons Hilfe hatten sie den Versammlungsraum eines Jugendzentrums gebucht und an allen Schulen, von denen sie wussten oder wenigstens ahnten, dass es dort Spieler gab, Zettel aufgehängt. Mit einem so großen Ansturm hätte Nick dennoch nicht gerechnet. Als er den Versammlungsraum betrat, waren längst alle Stühle besetzt und viele Leute saßen auf dem Boden. Er versuchte, die Anwesenden durchzuzählen, gab aber noch vor der Hälfte auf. Es waren auf jeden Fall mehr als 150. Sie würden trotz des kalten Novemberabends bald die Fenster öffnen müssen, wenn sie genug Luft kriegen wollten. Nick stellte sich vorne hin und wartete, bis die meisten Gespräche verstummt waren. »Hi«, sagte er. »Ich bin Nick Dunmore. Viele von euch kennen mich aus der Schule. Wie ihr habe ich auch Eribos gespielt und ich habe es geliebt, ehrlich. Trotzdem, und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, ist es gut, dass das Spiel zu Ende ist. Aber bevor ich euch erkläre, was in Wirklichkeit dahinter gesteckt hat, finde ich, wir sollten uns richtig vorstellen. Die Regeln gelten jetzt nicht mehr. »Also, im Spiel war ich Sarius, ein Dunkelelf, und ich bin als Acht rausgeworfen worden.« Ein paar Leute lachten. »Sarius? Echt? Du? Was? Sarius?« Sofort wollten die Ersten mit eigenen Erzählungen, Erfahrungen und Anekdoten loslegen. Nick konnte sie nur mühsam bremsen. »Stop! Erst müssen wir noch was Wichtiges bereden. Hört zu, ihr habt wahrscheinlich alle in der Zeitung gelesen, was passiert ist. Ottolan war kein Monster, sondern ein richtiger Mensch. Kein netter Mensch, aber ein Mensch.« »Er wird in ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und wird dann vermutlich so weitermachen wie zuvor.« Sie hörten ihm zu, ausgezeichnet. Eribos hatte nur das Ziel, Mr. Ottolan eine seiner Schweinereien heimzuzahlen. »Das hat nicht geklappt, was einerseits gut ist, andererseits soll er aber nicht ganz ungeschoren davon kommen.« Ein paar der Anwesenden nickten. Die meisten sahen drein, als verstünden sie nur Bahnhof. »Wichtig wäre Folgendes«, fuhr Nick fort. »Ihr habt doch alle richtige Aufträge erledigt. Die würde ich gern sammeln. Vor allem die, die nichts mit Leuten an eurer Schule zu tun hatten. Alles, wovon ihr euch gefragt habt, wozu ihr das eigentlich tut und wem es nützt, schreibt das bitte auf. Wenn ihr Fotos, Scans oder Kopien gemacht habt und die noch besitzt, gebt sie mir. Jetzt sahen sie misstrauisch aus. »Keiner dreht euch nen Strick draus, versprochen. Aber wir werden versuchen, Ortolan einen Strick draus zu drehen, wenn sich herausstellen sollte, dass er Dreck am Stecken hat, was ich ziemlich sicher glaube. Wir treffen uns in einer Woche wieder hier, okay? Und jetzt wüsste ich gern, wer ihr alle wart.« Es war, als würden Dämme brechen. Nick versuchte, auf einer Reihenfolge bei den Wortmeldungen zu bestehen, aber schon bald redeten alle durcheinander. Jeder wollte seine Geschichte erzählen und herausfinden, wer hinter den Kriegern steckte, mit denen er während des Spiels zu tun gehabt hatte. Nick gab es auf, den Moderator spielen zu wollen und mischte sich unter die anderen. Schnell bildeten sich Grüppchen, doch manche Leute blieben allein stehen, so wie Rashid. Im Unterschied zu den Mitgliedern des inneren Kreises war er nicht erwischt worden. Aber Nick sah ihm sein Unbehagen an. Er fürchtete immer noch, dass jemand ihn verpfeifen würde. Nick ging zu ihm hin und lächelte. »Ich frage mich schon lange, wer du warst. Blackspell?« Verlegen hob Rashid die Schultern. »Ich finde es immer noch komisch, wenn wir über unsere Spielcharacters reden. Es fühlt sich nicht richtig an.« »Jetzt hör auf. Komm schon, sag es mir. Blackspell?« Ein winziges Lächeln stahl sich auf Rashids Lippen. »Daneben. Ich war Norax.« »Der Wehrwolf?« »Darauf hätte ich nie getippt.« »Wie war es, als Wehrwolf zu spielen?« »Cool?« Sie unterhielten sich über die Vorteile der verschiedenen Völker, über gemeinsam und getrennt voneinander erlebte Abenteuer. Andere kamen dazu, erzählten von ihren Spielfiguren und Erlebnissen. Der Saal brummte wie ein Bienenstock. Nick arbeitete sich durch die Menge auf der Suche nach den Spielern, die er am häufigsten getroffen hatte. Er wollte wissen, wer Sapu-Yapu und Xoho waren oder Galaris, deren Name auf der Holzkiste gestanden hatte. Irgendwann tippte ihm Aisha von hinten auf die Schulter. »Hi, Sarius.« »Das hat mich voll überrascht, weißt du? Ich dachte, du wärst Lord Nick. Die meisten dachten das.« »Ich weiß,« seufzte er, »ich möchte ihn unbedingt treffen und fragen, was er sich eigentlich dabei gedacht hat. Gib mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja?« Sie sah ihn beleidigt an. »Und wer ich war, interessiert dich nicht?« »Mehr würde mich interessieren, ob du die Belästigungsgeschichte wieder in Ordnung bringst.« »Doch, sicher«, sagte er. »Kennen wir uns?« »Oh ja«, sagte sie lächelnd. »Aber wir konnten uns nicht leiden. Du hast mir in der Arena zwei Level abgeknöpft.« »Faniel?« »Genau.« Nach zwei Stunden hatte Nick eine stattliche Liste mit Gleichungen beisammen, die diesmal alle stimmten. Hinter Blackspell hatte Jerome gesteckt. Hinter LaCore, einem weiteren Vampir, verberg sich der stille Greg. Xoho entpuppte sich als Martin Garibaldi, den Nick dabei beobachtet hatte, als er am Tag nach seinem Ausscheiden einen Freund angebettelt hatte. Nick schluckte seine Enttäuschung herunter. In Xoho hatte er sich einen Kumpel für das wirkliche Leben erhofft. Etwas später fand er auch Sapu-Yapu, der mit einem Zwerg nicht die geringste Ähnlichkeit hatte, sondern ein langer, schlachsiger Typ namens Elliot war, der gerade sein letztes Schuljahr bestritt und danach englische Literatur studieren wollte. Sie tauschten ihre Handynummern aus, sprachen über Filme und Musik und es stellte sich heraus, dass Elliot ebenfalls ein Fan von Hell Rose Over war. Mein Fanshirt bin ich los, seufzte er. Das habe ich einem Erebus-Level geopfert. Keine Ahnung wozu. Nick kriegte vor Lachen kaum Luft, deshalb dauerte es ein wenig länger, bis er Elliot ins Bild gesetzt hatte. Wenn das kein Grund ist, demnächst gemeinsam im Pub-Äxte zu schleifen, scherzte Elliot und fügte an, dass Nick Lord Nick verblüffend ähnlich sah. Ich weiß, sagte Nick genervt, ich wüsste selbst gern, wer sich mein Gesicht geliehen hat. Jemand hinter ihm räusperte sich. Da kann ich dir helfen, glaube ich. Nick drehte sich um. Dan, Häkelschwester Nummer eins. Aha, und wer? Dan sah verlegen zu Boden. Sag es nicht weiter, okay? Ich bin ziemlich sicher, es war Alex. Er, er bewundert dich, schon seit ein paar Jahren. Eine Zeit lang hat er versucht, dich zu imitieren. Ist dir das aufgefallen? Nein? Naja, mir schon. Dan kratzte sich am Hinterteil. Als dann ein Nick Dunmore-Klon aufgetaucht ist, kurz nachdem ich Alex das Spiel gegeben habe, habe ich gleich an ihn gedacht. Wer sagt, dass du es nicht selbst warst? Wieso erzählst du mir das? Dan kratzte sich heftiger. Naja, Alex ist mein bester Kumpel und er leidet echt darunter, dass du ihn immer Häkelschwester nennst. Ich dachte, wenn ich dir erzähle, wie er zu dir steht, bist du netter zu ihm. Er selbst wollte nicht herkommen, war ihm zu peinlich, was auch für meine Theorie spricht. Dans Bericht berührte Nick eigenartig. Er hatte sich alle möglichen Motive für Lordnicks Existenz vorstellen können, aber Bewunderung war nicht dabei gewesen. Und du? fragte er Dan. Wer warst du? Auweia, grinste Dan. Das wird mir jetzt keine Bonuspunkte einbringen. Ich war Leland und es tut mir sehr leid, aber deinen Wunschkristall kann ich dir nicht mehr zurückgeben. Vieles klärte sich auf, aber nicht alles. Wer Aurora gewesen war, die Katzenfrau, die im Labyrinth im Kampf gegen den Skorpion gestorben war, fand Nick nicht heraus. Dafür versteckte sich hinter Galaris eine dünne, blasse Brillenträgerin aus der siebten Klasse. Sie hatte ebenso wenig Ahnung vom Inhalt der Kiste gehabt wie Nick, sondern sie auch nur von einem Ort zum anderen befördert. Tyrannia, die Barbarin mit dem extra kurzen Rock, war die schüchterne Michelle gewesen. Von ihr stammten auch die Pillen, mit denen Nick Mr. Watson hätte vergiften sollen. Michelle hatte sie ihrem Großvater aus dem Medikamentenschrank geklaut. Ohne aufzufliegen, da Opa immer die doppelte Ration zu Hause hortete. Für alle Fälle. Henry Scott, Nicks eigener Novize, hatte sich in Bracco, den Echsenmann, verwandelt. Wer waren die Leute im inneren Kreis? fragte ein rundliches, asiatisches Mädchen Nick später am Abend, als die meisten der Anwesenden schon aufbrachen. Helen war Bloodwork, sagte Nick. Für sie ist es gerade wahnsinnig schwer. Sie ist in psychiatrischer Behandlung, sagt Mr. Watson. Und Verdana, Drizzle? Verdanas richtigen Namen kannte Nick nicht. In Gedanken nannte er sie stets nur Gollum. Sie kam von einer anderen Schule, genauso wie Scream und das Alien. Einer von den beiden musste es auch gewesen sein, der Nick unter die U-Bahn hatte befördern wollen. Aber es war nicht mehr wichtig, welcher von ihnen. Da ging es ihm wie Jamie mit seinem Bremsensaboteur. Drizzle, sagte Nick, war vermutlich Colin. Kennst du ihn? Groß, dunkel, Basketballspieler? Und irgendwann früher einmal, mein Freund? Begegnet. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut.